assalamu alaikum meine lieben hier ist wieder die hadika jeder kleine besser den hat es am schlimmsten erwischt hat ganz viele beulen lochi hat auch hier das ist lochi jones der muss hart arbeiten männerarbeit weil es das keine ahnung die hat jetzt irgendwo gefunden ja hier survivor der ist fitter fitteste nie das ist survivor entschuldigung die zwei weißen die haben gar nichts keine ahnung ja wir geben jetzt medizin einfach weiter und warten ab es hat sich verschlechtert in meinen augen bei dem auf jeden fall es wächst weiter ja müssen abwarten einfach nur aufs gute hoffen schlimm sieht es aus der arme und hat so schöne federfüße tut mir schön aber haferflocken essen was willst machen jeden fall sehe ich auch haben die weniger hunger das klar von der krankheit jones wo bist du der arbeiter dahinten raschelt marschallallah der will geld verdienen der juni zu arbeiten die mause auch die hat ein paar sachen abgewaschen jetzt müssen noch die terrasse kehren wo raschelt super jones zwei auch noch maschallallah aber nicht so viel verlieren auf dem weg guck mal sonst machst du das toll ja sehr gut okay kommst du das dann auch noch keine ja die sind jetzt trocken da kommen keine frische als ab der der hat solche schuka sagt man da so nadeln aber ach guck mal maschallallah siehst du die sonnenblumen die sonnenblumen ist eingegangen natürlich ja ich weiß die kommen hier guck mal deine ganzen hagen voller absch guck mal auf unsere tomaten kommen die jetzt oder schmeiße ich das ganze ding in müll da kommt doch nichts komisch 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 ich habe ja heute schon nachmittags gegossen hier oder rufen schon die kinder nach der amina ja die vermissen dicke was machst du da gras für die babys ja okay guck mal hier guck mal da wird eine tomate langsam rot nicht schlecht die schwarze trinken toll guck mal das heißt da ist ein wurm drin wenn da so ein loch ist das ja ganz toll aber riechen tut sich gut schmeißen wir mal weg die brauchen wir nicht essen okay mal wieder nix na da niente eh meine lieblingspflanzen so ist das die sonnenblume was ist das eine sonnenblume okay was ist da hinten etwas liegt so machmut something lying there bewegen sich eine tote katze machmut come i'm afraid now ich auch was liegt denn so da liegt da ist was großes schwarzes wo hast du das gesehen jones wo 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 fern das ist doch eine tüte was liegt denn da das ist doch unsere mülltüte jones was liegt da schwarzes guck mal ach machmut den knochen hinse neck welt you see no dogs coming here ah also not bad i give it for the dogs but they don't like my bones die wollen den knochen nicht komm jones ja ich hab heute ganz schön orangensaft gemacht für den opa und was ist der mohammed hat ihn getrunken weil der opa hat schon geschlafen naja was willst du machen mit unserem guten entsafter na gut jetzt gucken wir mal die anderen tiere an don't touch anything hast du die küken angefasst ne ne ok gut weil jetzt ich darf auch nichts anfassen ich guck nur weil ich hab ja die pocken küken angefasst guck mal siehst du hier irgendwelche pocken beim feier ja aber sonst nix sonst sieht man nix alles gut der ist bisschen nackig und hab dem auch eins bei dem roten ja der war ganz schön ich bin nicht sicher mahmud ich fühle mich, die zweite medicin ist nicht so stark wie die anderen kann es sein weil ich nicht sehe, dass etwas besser bewegt gut, wir geben es jetzt zwei Tage aber er sagt, stopp die andere er hat gesagt wo das andere habt ihr euch bewegt wo ist die andere da hinten alles klar dann machen wir wieder zu frische luft hat gehabt so leut der nachtflock der flog da oben hockt sie die mama die ist aber manchmal ganz schön lang unterwegs erkühlen doch die Eier aus denke ich mir oh orangenschalen gibt sie denen das fressen die doch nicht mahmud they don't eat the orange und alles ist voller Wasser die brauchen Orangensaft sagt er ja nee guck mal wie groß die geworden sind der doctor sagt wir können die rauslassen du kennst die doctors sagen wir können sie alle rauslassen du kennst ich fühle du sagst das zu mir das ist nicht wahr ich glaube du sagst du sagst die Hühner lassen wir drin aber die Enten lassen wir raus haben wir jetzt mal gerade entschieden but not now in the morning wenn es hell wird tun wir sie raus alle raus jetzt kann der Fuchs kommen weißt genau wir füttern nur im Stall good idea gucken wir mal hier bismillah schon wieder Ameise hier leut bismillah wieso geht das Ding nicht auf hei 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 aua na wie sieht es aus hier Medizin ich muss mal euch angucken ich muss immer alle checken jeden Tag haben sie einen Pickel gekriegt im Gesicht dann ist was los ja der ist ganz müde guck mal die können oh hier ist alles gut alhamdulillah machst du kacke live im Video humpeline ne das ist sie gar nicht humpeline ist unten ist alles gut bei euch was versteckt ihr euch kamerascheu so für die Ameisenfreaks unter euch wir haben hier ganz viele Ameisen guck mal oh jetzt hab ich die das ist hier ist das Ameisennest die gehen hier rein hier ist das Loch habt ihr es gesehen mhm gut aber das ist ja auch tagsüber fressen sie die gell ist halt nachts blöd wenn sie da rauskommen also die fressen halt auch die Samen ne sind ja alles gut was hast du an den Füßen hä warum ist das so rot na alles gut alles gut jala 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 ihr habt es gut hier nicht kein Problem ihr könnt noch eine Weile hier bleiben aber die Enten das ist eine Sauerei da drin muss man klar sagen die müssen wir rauslassen oh he needs massage mister hasel gum habibi i'm jealous normal you come to mommy like this oh now you work with him he come to you ne jetzt hast du mit ihm gearbeitet jetzt ist baba dein big fan you sleep now with baba wie denn was schläfst du heute nacht beim baba ja einmal ah he sleep with you tonight now you have it wir schlafen getrennt Leute dass ihr wisst mein Sohn schläft bei mir mein Mann schläft in meinem Sohn sein Bett gell und manchmal schläft der Younes bei dir und dann schläft mein Mann im Younesbett und dann schläft wir trotzdem getrennt so haben wir viel mehr you know i miss you really but it's better to sleep alone das Bett ist größer ja so ist das so ist das ach so sah der kommt nicht zu mir auch wegen der Condition ich brauche ja Air Condition und der friert der Ägypter in one month you feel hot you will come was ist da los ach super Mahmoud das ist doch for my bread Karim Ramadan Karim und was ist da los hier ist irgendwas ach das Wasser die Medizin ja ja hat er zugemacht na Leute ihr vermisst doch bestimmt auch den kleinen Jack hallo Jack komm zu Mami hapa hapa Jack komm ja komm da kommt nimmer die Fremde weißt das kommst nimmer zu uns in den Stall doch ich war doch ich war doch gestern ha komm nö kommst du zu mir mein Geister jetzt kommt er ich komm mein Hübschen you're fine you're fine ja ja was schöne ja so guck mal deine Gänse die rufen dich schon ja ich war Angst meine Gänse jealous quack quack machen sie ne quack quack machen sie nicht ja hier ist eine Sauerei das kann man mal zeigen das kann man nicht lassen der oh die Enten kann man da das muss erst mal zwei Tage austrocknen das ist brutal und es riecht auch das ist nicht schön dann werden sie hier im Stall krank und die Penny mittendrin I don't know mach Mut I leave it open I leave it open my lash you think the fox will come komm ich mach auf kommt raus die ist doch Tierquälerei ist das das ist ja richtig nass so nass war es vorher nicht gestern die kann more and more wet I open it now yalla mi 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 I open I open Ashan mach Mut es ist wet like alles it's too much you cannot let it man lass sie auch raus dann muss sie aber die ganze Nacht hier hocken wenn der Fuchs kommt nach Hamas guck mal die kommen Habibi welcome back setz dich hin Junis out from the prison oh jetzt könnt ihr wieder fliegen wir müssen weg von dem Pack schnell fliegen lernen abhauen they want to learn flying to run away from us these asshole people diese schlechten Menschen sperren uns ein Junis lastly we are free ja das sind weniger jetzt kann man nur noch und die Gänse juhu free mama Aiva guck mal wie die sich alle freuen da hinten eine kleine ja hol sie Leute nicht so laut das Dorf schläft also nicht das ist ein Kovake mach Mut so laut Aiva I say to you Donald Donald Trump I say Donald Duck what Donald Trump Edi there are such people in our house not solche Leute züttern wir nicht we don't see such people in our house even not ready what you think you think you hear my video du brauchst mich jetzt nicht ich muss das filmen die Mausi holt sie hör jetzt auf wir sind zu glücklich die zu sehen und du laberst hier mit dem Gänchen verschwunden die kommt don't worry guck mal schnell wegfliegen ja but one is missing sag one butter Mausi die Freundin von oben da muss noch drin sein hol die mal ich hab sie nicht geschlachtet der ist noch fällig der mit dem Halsband den müssen wir noch aus dem Verkehr ziehen und eins von den Nisgufi der da der muss noch übermorgen und wie viel seid ihr take the Gophers away come Mahmoud also bitte with one hand you think I'm Hercules super woman mit einer Hand mal kurz und das Brett ist auch noch drauf gell ja hol sie raus wie viel sind denn das jetzt hier count them 2 4 6 8 9 hä 2 4 6 8 9 one is missing ja Nase Nase ist drin Habibi dann hol sie doch die Armee ja ah da sind noch viele komm ich hol sie jetzt raus ja da rufst du deine Frau deine Leute die wollen nicht raus so jetzt könnt ihr mal sehen holst du mal die anderen noch seht ihr den Mond die freuen sich ja die kapieren auch nicht warum sie drin waren mi 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 come come mi 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 when you have the power for the last one the butter allow we have two wir haben noch zwei zu schlachten guck mal wie die rennen ja die sind auch gewachsen der growing good masha Allah masha Allah wall wall ah you see the black one ah this man this is this is his last enjoying horace this is a man you see how you laughing mach keinen sport sonst verlierst du gewicht in the night it's allowed Mahmood this is the next also for eating with the green head the punky lie in the middle we will keep just these bows white and this Zorro this first why this is small how come Mahmood small he is full big he is not because he has small legs der hat niedrige füße deshalb guck mal der liegt da ist das nase nein ist nicht nase jetzt ist schon wieder schön gell and you see this withy withy you want to eat look your daughter how how good is the relationship between them now we must not try one we don't choose because they are in the pair woman man woman man we cannot take one not like the butter but the butter one man and five woman mus muskila but the withy have like us one now you and me and asie i'm joking asie is die nachbarin die immer von ihm sachen da ne but she is any how old she is she arrived 40 huh baby she is older what she arrived 40 yeah right now 40 really yallah 40 unverheirat ah der hat schon wieder you take my nana hallo Belt hallo so meine liebe jetzt gehe ich rein mal brot backen einen mamut hat sich jetzt mal wieder brötchen gewünscht macht nur sechs pladen brote i make them in w In der anderen Seite, Kaiser, dann ist Masri. Oh, ist das schön. Mahmoud wollte sie zu den Eseln tun, aber die sind zu klein. Wenn der Esel rennt, der macht die platt. Jalla, Elhamdulillah. Ich habe gesagt, ich habe ein Bata, aber es sieht mir wie ein Wizi. Ich weiß nicht, wir werden nie wissen. Ich sage nicht Wizi, ich sage, bringe ein Bata für deine Familie, aber es war so groß wie ein Wizi. Ich weiß nicht. Wir bringen nicht von Naga Hamadi. Wir haben Bata. Wir haben Bata. Wir haben. Was du bedeutet, Mahmoud? Bata, hier. Bata? Bata, du sagst, Bahasudani. Hier. Wir haben Shoshara, wir haben Naskufi. Und ich weiß nicht, was du bringst für deine Familie. Das war drei Monate vor. Two Monate. Das war gut. Ich denke, das war der große große, Mahmoud. Naskufi oder Shoshara? Du essen sie? Ich versuche. Anyway, wir haben auch eine, wir werden, nach vier Tagen, oder drei Tagen, wir essen sie. Inschallah. Eine. Eine von diesen Ängel, die Milch kommen immer. Echt? Welche? Eine, die ich nicht kann erkennen. Ich wollte dich sagen, damit wir hier gerangen. Malisch. Hier, sie stehen geblieben. Dann setz dich mal hin mit deinem Grünzeug und warte, bis sie kommt. Guck mal da in der Mitte, da ist schön. Oder so. Wir kill two. What? Two fern. One, we take it, one, we give it to my family. What do you mean? Yeah. Just do what you want to kill it. Misch. Okay. What is it all? That you have no blood distress. Okay. Okay. Is it all right? Is it all right? Is it all right? Ah, kamiz. Bukra gomma. It's Saturday. It's also sick for the cooking, you know. I cannot clean butter two hours and then cooking and the bread. What do you think? I'm not a machine. I can't. Saturday, we eat the rest. Misch, we will see. Inschallah. Okay. Das war mal ein Ballon. Ja. Die gehen dann wieder runter, ne? Also ich habe jetzt den Trick raus. Ich mache nur sechs Fladenbrote und den Rest mache ich Kaiser. Ist ja der gleiche Teig bei mir. Hier, ne? Schaut ihr mal hier. Das wird ein Fladen. Das wird jetzt ein Ballon, weil erstens die Hitze ist sehr krass da drinnen, hoch. Und es ist ein tiefer Topf. Und was noch? Und natürlich habe ich sie jetzt länger stehen lassen. Also ich habe alles mal berücksichtigt. Und ja, bis jetzt ist es alles aufgegangen. Schauen wir mal. Komm, lass mir nicht im Stich. Blamier mich nicht vor den Leuten. Genau. Zeig mal. Ich habe schon von Zuschauern gehört, die lassen das dann, ähm, die drehen das. Aber wenn ich das drehe, habe ich das Problem, dass dann irgendwie ein Loch entsteht und ich lasse das. Hohe Hitze, tiefer Topf. Da sammelt sich die Hitze nämlich hier unten. Und dann, ach, Ballon. Seht ihr? Und dann ist gut. Und dann ist gut. Und diesmal habe ich keinen Nido rein. Guck mal, Superballon. Bis ins Letzte. Hallo. Nein, ich werde hier am Ramadan noch zur Brotbäckerin. Voll der Profi. Ich muss jetzt meinen Holzlüssel einmal umdrehen, das Ding. Bismillah. Ja, ich sage mir natürlich nichts falsch. Mach nicht. Ja, so. Mhm. Ja, ich habe schon Pfeifen gehört, das ist ein kleines Löchlein drin. Ja, ist halt so. Aber du, so ist es gut, so ist es durch. Mal kurz gucken. Nochmal. Ein bisschen braun kann es schon werden. Und dann holler's. Komm. Ja, das reicht jetzt wieder zwei Tage. Und Mahmoud hilft mir in der Küche. Hier, das muss ich gleich abwaschen. Suhur. Suhur. Das sind gebratene Paprika und hier gekochte Paprika. Ja. Seid ihr brav? Ja. Habt ihr schon fertig gegessen? Ja, noch eins. Noch eins? Nee, wir essen doch. Jetzt, das dauert noch ungefähr zwei Stunden, dann essen wir. Ne? Wer hat das nicht? Junis? Nein. Ja. Nein, ja. Und das guckt ihr hier, Internet, YouTube an, das guckt ihr an, das ist Arabisch Tarazan. Guck mal. Tarazan heißt es auf Arabisch, seht ihr? Tarazan Film. Ich bin Tarazan. Ist ja klar. Jeden Film, wo du anguckst, der bist du dann. Greeny Man. Und was guckst du? Heidi. Bitte? Heidi. Du bist meine Heidi. Halas, wir müssen jetzt zu den Tieren gehen, dort was machen. Oh, der Arbeitskoffer. Super. Da sind die Sachen, ne? Gut. Und wen das interessiert, der Typ ist immer noch nicht gekommen. Wir haben heute Ramadan Tag 7. Äh, ja. Der ist nicht gekommen. Zum Tür machen, ne? Ist auch egal. So, jetzt zeige ich euch mal was richtig Blödes. Aber so ist es. Guckt mal, wir haben hier unterm Waschbecken eine Spinne. Schon so lange. Und ich will das nicht zerstören, weil die hat hier ein Baby. Die lebt da mit ihrer Tochter. Das ist die Tochter. Ich kann das doch nicht kaputt machen, ihr zu Hause, ne? Außerdem sind das auch nützliche Tiere, ne? Dann lasse ich das. Mich stört sie nicht. Und ja, die tut auch ein paar Insekten, ne? Ne Moos, also Mücken fressen, Ameisen, whatever. Ja, die leben bei uns im Badezimmer unter dem Waschbecken. Also in meinem Badezimmer. Nicht da, wo wir duschen, sondern wir haben ja auch ein Badezimmer, wo die Badewanne der Wäschekorb ist. Und hier lebt sie. Ich finde das jetzt nicht so schlimm. Ne? Mahmoud hat sie noch nicht gesehen. Der hätte sie gleich weggemacht. Deswegen, ich lasse die. Solange es geht. Finde ich, wer Angst hat, was habt ihr, würdet ihr das lassen? Ne, gell? Ich weiß, alle würden es wegmachen. Wenn das meine Mutter sieht, du kannst doch sowas nicht zeigen. Was denken die Leute? Du putzt nicht. Doch, wir putzen. Aber wir sind auch tierlieb. Mir tut die leid. Guck mal, die hat hier so ein schönes Leben mit ihrem Baby da. Guck mal, die ist schon ganz klein. Ja. Jalla. So, Leute, nach getaner Arbeit, wo ich mich jetzt mal kurz zu den Enten setze. Das ist wirklich schön. Guck mal, die Gänse, wie sie das genießen. Hier ist so schön kalt. Ja, das hat mir richtig leid getan. Das ist Tierquälerei da in dem Stall. Ne? Das war voll matschig. Gut, Enten sind das gewöhnt, aber da entstehen halt auch Krankheiten. Das muss jetzt mal austrocknen da. Ja. Guck mal, Töter. Wo ist die Nase? Ah, ich habe mir gerade vorhin gedacht, wann kommt die Nachbarin und kriegt ihr Kind? Die schreit draußen rum, also ist noch nicht so weit. Na? Alhamdulillah, das Wetter ist so schön. Ich gehe mal kurz zu der Nachbarin und frage, wann sie das Baby kriegt. Das sage ich euch gleich. So, jetzt haben wir ein bisschen gequatscht. Mahmoud hat denen Futter gegeben. Jetzt ruft die wieder. Also die kriegt, ah, 12.6. Da kriegt sie das Baby. Und sie fasst. Da geht es gut. Wird ein Mädchen auf jeden Fall. Halas. Für die Info. Kommst du wieder? Edi, Edi, Edi. Ja. Gucken wir mal, welchen Kandidaten. Der da und der da. Die beiden. Das geben wir der Oma und das werden wir selber essen. Malisch, malisch, geh weg. Wir haben nichts gesagt. Gell? Oh ja. Morgen fährt der Mahmoud nach Nag Hammadi und holt neue Medizin, weil die ist alle. Damit nichts passiert. Und in zwei Stunden müsst ihr, tun wir euch wieder rein. Und dann dürft ihr wieder später raus. Was hast du denn im Gesicht? Was ist das? Komm mal her. Komm mal her. Was hast du da? Das muss ich mal festhalten. Da ist nichts. Ich habe mich gerade richtig erschrocken. Was hat er da was vergessen? Hanoi. Okay. Gut, meine Lieben. Dann gehen wir jetzt. Same procedure as every year. You wisst, as every night. Und die? Seid ihr müde? Ja, guck mal. Die ganze Melone haben sie schon leer gemacht. Goldig sind die. Jalla. Wir brauchen noch Besteck. Holst du kurz Besteck, Mäuschen? Also wir haben hier Spiegelei. Die Mausi mag heute Spiegelei. Bet-Ayun heißt das. Ei mit Auge. Ei, Jonas auch. Jonas mag es auf beiden Seiten, wie die Mama. Das sind die Paprika für den Barber. Die Pommes müssen bei mir halb. Also der Mahmoud macht die Pommes immer total dunkel. Wie Chipsy. Und das... Gutes Brot an der Water we forget. Jonas, komm. Also unser kaputte Teller, gell? Look at the broken tabak. Malisch. Wir sind... Wir brauchen keine. Heute ist es eine kleine Melone, aber zuckersüß. Und guck mal das tolle Brot von der Mama im Müllbeutel aus Deutschland. Heia, heia, heia. Heia, heia. Kein Problem. Was lachst du? Was gibt es so zu lachen? Okay, ich esse dein Ei dann. Ich esse. Also, Bon Appetit, Leute. Eigentlich ist das mein Teller. Mit den Paprika, das sind meine. das war es wieder mit dem video ich hoffe es hat euch gefallen wir sind eine einfache simple familie bei uns gibt es kein schnickschnack ich weiß ihr tisch da riesen sachen auf wir sind mit dem zufrieden und wollen nichts großes ausprobieren das hat sich bewährt und nach ramadan gibt es wieder neue sachen gelb mäuschen halos jala ramadan karim ramadan mubarak boy boy hau rein jetzt kommt da du kommst wenn ich was der lämmer sagt reingelegt alas jala bei komm dein eikon komm 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 guck mal so das hast du doch gewünscht spiegel na doch so von beiden seiten du magst du nicht das glibbige oder habe ich doch was falsch die maschalla guck mal wie das aufgeht das zeug ist super frisch sind sie halt am besten okay jetzt aber bye-bye